iOS 9 bringt interessante neue Funktionen mit sich, aber auch einige Bugs. Ein Bug nervt mich besonders und den möchte ich euch in diesem Video mal zeigen. Ich sage zu diesem Bug immer liebevoll schwarzes Loch. Und zwar, ihr seht es schon, passiert nachdem man auf eine App klickt und sie öffnen will, ein paar Sekunden einfach mal gar nichts und es wird nur ein schwarzer Bildschirm angezeigt. Meine Vermutung geht in die Richtung, dass das vielleicht damit zusammenhängen könnte, dass die App noch nicht für iOS 9 geeignet ist. Schreibt mir mal in die Kommentare, welche Bugs euch am meisten nerven. Oder vielleicht läuft ihr bei euch bei iOS 9 auf eurem iDevice alles rund. Und lasst es mich in den Kommentaren wissen und wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, abonniert mich gerne und schaut euch die anderen Videos an. Bis bald!